So Alex, wir sind schon ein bisschen weiter jetzt in unserer Werkstatt und haben vielleicht auch jetzt so ein ganz bisschen schon so einen Industrie-Look. Ja, kannst du dir mal so ein bisschen zeigen hier oben, oberhalb der Werkbank, hier drüben der Schneidetisch, der Computer, das ist alles schon fertig. Strahler sind auch schon fast alle dran, sind aber noch nicht richtig verkabelt, weil man sieht, hier hängen noch so ein paar Sachen. Und ja, da muss noch ein bisschen gemacht werden und ja, der Sound ist auch schon besser, Alex. Wir haben nämlich auch jetzt eine, wie nennt sich das, so eine Akustik-Decke und ich glaube, es klingt ganz gut, ja? Ja. Wenn wir dann erstmal, oh, unser richtiges Mikrofon haben, Alex, dann wird es vielleicht noch besser, ja? Kommt schon die nächsten Teile draußen. Genau, wir zeigen, genau, die Pizza kommt. Wir zeigen euch jetzt mal so ein paar, ja, Sachen, was jetzt so in der letzten Woche passiert ist, damit ihr auch schauen könnt, wie das Ganze hier vorangeht. Und Alex, wir müssen jetzt Schluss machen, die Pizza kommt, ja? Kim ist da und ich freue mich, ich habe nämlich tierischen Hunger. Bis gleich. Bis gleich. Alex, das Aufbauen der Regale ist die Hölle, ne? Guck mal, wunderbar gerade bis jetzt. Wir gucken noch mal. Also, wie viele Stunden sind wir jetzt dabei? Keiner weiß so richtig, wie das funktioniert hier. Ich glaube, wir sind zu doof zum Regale aufbauen, ne? Ja, ich muss natürlich Schraubregale kaufen, genau. Ja, das habe ich nur gemacht, um dich zu ärgern. Das ist doch eine schöne Sonntags-Morgens-Beschäftigung, ne? Ja. Gut, wir machen weiter. Hast du eigentlich schon ein Bier? Nein. Ich schuld. Und das Ding weg. Du musst noch sechs Stück davon zum Aufbau. Und das Ding weg. Alex, es ist die Hölle, ich sag's dir. Der Alex Schneide. Ja? Kippe, wir uns in Ruhe. Hallo. Hallo. Und, ja, wir müssen jetzt so ein bisschen fake machen an dir, damit wir so ein bisschen Steinoptik haben. Alex, wir haben nämlich nicht komplett gemauert, wir haben da einfach solche Wandfahrblender genommen, aber die sehen echt authentisch aus. Absolut. Nein, das darf ich dir mal drüben zeigen. Guck mal, das ist schon fertig. Sieht ja schon mal ganz gut aus. Ich hab Hunger. Was essen wir? Pizza. Pizza? Brauchen wir Pizza essen? Ja. Okay. Und warum läuft hier griechische Musik? Weil immer griechische Musik läuft. Weil Alex letztens mit mir zur Taki getanzt hat und da habe ich so ein bisschen Lust auf griechische Musik. Ja, so, wir machen weiter. Und Alex, du kannst nachher noch das Video fertig schneiden für diese Woche, damit die Leute wissen, was passiert ist. Wenn das sein muss. Alex dreht sich nicht mal um für uns. Nee, Alex hat Angst. Alex hat ein T-Shirt an mit seinem Firmennamen. Das soll keiner sehen. Das geht natürlich nicht. Genau. So, aber du kannst ja mal deinen Kopf drehen um 180 Grad, Alex. Du kannst beide sein. Alex, wir wollen dich sehen. Guck mal, erst beschwert er sich, dass ich nicht arbeite. Jetzt soll ich Pause machen. Genau. So, bis gleich. Warte, jetzt. Okay, also du musst auf jeden Fall mit dem Video helfen. Die Pizza ist da, Alex. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir essen jetzt erst mal. Bis dann. Tschau. Tschau. Tschau.